So, okay. Signal, 3, 2, 2, 1. Scheiße. Oh. Oha. Äh. Was? I can't think I can't see it. Oh! Whoa! Null Drecksaktor. Wie kommst du direkt aus dem Torpedoraum raus und dann hast du hier direkt mal so eine Vollbesatzung hier rumflöten? Oder dann erstmal, ne, okay, wir haben, ja, machst du sauber. Scheiße, kein Mund mehr. Ja, da, das, ne. Ja, wir haben jetzt alles weg, wir haben jetzt nur noch 12 Schuss. Wechseln wir jetzt mal die Knarre. Ah, wenn wir da schon, ne. Achtung an alle Besatzungsmitglieder. Hier spricht Kapitän Krieger. Wir haben einen letzten Verlierenbruch. Er wurde zuletzt im Torpedoraum gewichtet. Verwärts mit euch und kümmert euch mit! No. Haben wir aufgeladen, jo. Wollen wir mal mit unserer... Ja! Ja, das glaube ich auch. Deswegen gehe ich hier hin. Das Gefühl, du kommst nämlich von hinten. Okay, doch nicht. Werfe Granate! Na, ich hab nicht! Und da will ich mich nicht getroffen, dann ist nämlich meine Knarre leer. Ah, ich liebe es. So ein Fleisching Burger am Morgen. Das Spiel war so mega fit, ey. Da war ein Enigma-Code-Fragment. Was haben wir hier? Messer! Ich brauch kein Messer! Ich will Granaten! Im U-Boot so besonders Granaten, ne? Das ist... Oh, Mund... Oh... Hm, das braucht man nicht. Eher Rüstung wäre eigentlich, äh... Der hängt dem Messer so da drin. Ja... Okay, in diese Richtung... Was haben wir? Ja, da war gut. Okay, nehmen wir ein Messer. Ja, wir sind mit einem Messer-Sammler. Okay, da kann man nicht dran. Ja, Moon ohne Ende, Moon ohne Ende. Wer war denn unsere Schrotknarre? Gibt's keine Moon für? Gut, dass ich da jetzt noch mal hingeguckt habe. Ja, wir bewegen uns hier auf der Stelle. Alles klar. Ja, nehmen wir mit. Sehr schön. Fast 100 auch. Die Soldaten des Regimes scheinen sehr leicht gläubig zu sein. Ich hab so getan, als würde ich ertrinken, und er sprang ins Wasser, um mich zu retten. In voller Montur. Ich musste ihn gar nicht zu stark nach unten drücken, um ihn zu ertrinken. Ich bin schwanger. Man kann es noch nicht sehen, aber Mutter ahnt es wohl schon. Ich suche eine Wohnung für mich allein. Okay, kommen wir nachs Tagebuch. Schwanger. Jo, schau, jetzt haben wir es ja geschafft, wa? Ist das Kuckucksei im Nest, oder was? Wow, 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 wow. Ah, ah, ah. Ja, äh. Bin ich da? What? Äh, äh, äh. Das ist scheiße. Da fliegen ja die Kugeln so komisch durcheinander. Kacke. Also, die Schnauze voll. Das kann auch mal... Hör mal. Ja, kannst du nicht warten? D, 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 D. Ah, da bist du ja. Du mieser Sack. Oh, d'ailleurs. Was, was, was? Mann, 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 Alter. Hier ist aber echt nichts, äh, einfach. Karasses Pferd, ey. Boah. Jawohl, Frot. Okay, nee, wir haben ja jetzt... Okay, da kann man nicht lang. Wahrscheinlich hin, die Treppe rauf, aber... Die werde ich nehmen. Okay. Ja, das war, das war super logisch gerade. Und noch höher. Ja. Ach so, ab, nach vorne, wenn es sich an der wichtigen Besatzungsmitglieder auf der Brücke kommt, Klaminierungskur, erwartet euch und kümmert euch um das Problem. Ihr seid komplett am Kriege, mit die Lage geknäffelt. Die Soldaten des Regimes sind halsbrecherische Fahrer. Ich habe bei einem von ihnen die Bremsleitung durchgeschnitten und er stürzte von einer Klippe, als er einen Berg hinunterfuhr. Ich habe es nicht gesehen, aber es gab ein Foto in der Zeitung. Ich hatte eine Freundin an der Universität, die ihre eigene Schwangerschaft mit Polay-Minze abgebrochen hat. Ich habe ihr geschrieben und um eine Anleitung gebeten. Ich habe das Kind also doch nicht behalten. Dann brauchen wir wieder unsere Spezialwaffen, ja? Ja doch, hat er ja richtig gemacht. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Nein, zäh! Jetzt ausgerechnet dann, wenn ich die Wache verwe- Das ist wie ein Echt-Virus, das ist wie ein Echt. Das ist, ist... Ah, komm schon!